Sportfrei hieß es am vergangenen Dienstagabend nicht nur für die Sportler des SC Magdeburg, sondern auch für zahlreiche Sponsorenpartner. Das Live im Herrenkrugpark hatte zum großen SCM-Fitness-Tag geladen und die Resonanz war groß. Zahlreiche Partner des Clubs waren der Einladung gefolgt und unterstrichen so den Wert, den der SCM in ihren Augen hat. Auch SCM-Manager Marc-Henrik Schmed konnte die gute Beziehung zu den Sponsoren in einer kurzen Eröffnungsrede nur betonen. Ich denke, dass die Sponsorenschaft absolut die Basis ist, zusammen mit den Zuschauern, dass wir in Magdeburg Spitzensport in der Bundesliga anbieten können. Und ja, ich möchte, wie gesagt, Sie nochmal ganz herzlich begrüßen, wünsche Ihnen einen schönen Abend und alles weitere jetzt von Herrn Dünis. Vielen Dank. Live-Geschäftsführer Jörg Dünis gab eine kurze Einleitung, was denn die Sportwilligen an diesem Abend erwarten würde. Wir möchten Ihnen gerne das Haus näher bringen. Das basiert im Rahmen eines Stationsprogramms. Sie haben also die Möglichkeit, mit Hilfe von acht Stationen das Haus und die Trainingsbereiche näher kennenzulernen. Diese Stationen sind betreut, also keine Angst. Es steht Ihnen eine kompetente Betreuung zur Seite. Das ist einmal ein Spieler der Mannschaft und ein Mitarbeiter des Hauses. Und so ging es dann los. Mit einer Laufkarte bewaffnet, konnte man an acht Stationen seine Fitness beweisen und das ein oder andere Gespräch mit den SCM-Handballern suchen. Viel Spaß. Viel Spaß. Musik Mit seinem breiten Angebot an Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen bietet das Live auch ein konventionelles Fitnessangebot. Auf der Fläche der immerhin größten Multifunktionsanlage Mitteldeutschlands kann dem Besucher auch oft der eine oder andere Handballer des SC Magdeburg über den Weg laufen, wie Marc-Henrik Schmäh zu berichten weiß. Ich denke mal, die sind bestimmt vier, fünf Mal die Woche hier, gerade Regeneration nach dem Spiel, aber dann eben auch gezieltes Krafttraining in der Mannschaft. Das ist mal von der Lage perfekt, die Ausstattung ist wunderbar hier. Ich denke, das ist wirklich das Premium-Gym, wenn man das so sagen möchte, hier in Magdeburg. Und ich glaube, dass wir hier gut herpassen und wir sind sehr froh, dass wir das live als Partner haben. Nicht minder froh ist Jörg Dünis, den SC Magdeburg mit seinem Unternehmen unterstützen zu können. Wir sind stolz, dass wir als Partner des SCM den Spitzensport in Magdeburg da auch unterstützen können und hoffen, dass wir mit unserem kleinen Beitrag hier im Haus natürlich dann zum sportlichen Erfolg beitragen können. Eine willkommene Abwechslung vom Trainingsalltag war der SCM Sporttag für die Handballer bestimmt. Auf jeden Fall aber war er eine gute Gelegenheit, noch einmal Kraft für die kommenden Aufgaben zu tanken. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.